Ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot, hilf, 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 ich springe, 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 ich hab gedacht, ich hab dich geschlagen, al... Shut up, John. Hallo, ihr müsst ihr draußen, willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal, es ist so, wir geben uns mit Love the Potato, hallöchen. Guten Tag, doch, nein. Ich hab gut Waffen bekommen, Steinschwert auf jeden Fall für dich, schonmal. Geule Shit, wo bist du? Ich bin irgendwo in der Mitte noch. Ja, ich, hier, ich bin neben dir. Ich renne hinter dir weg, wir rennen in die Höhle. Was ist das für ein Schwert? Ja, Holzschwert. Okay, dann hier hab ich gleich mal, äh, hier, zack, da. Und ne Hose für dich hinter dir. Hose hab ich schon. Achso. Gleich, ich würd mal gleich sagen, die Leute in der Höhle wechseln. Ja, würd ich einfach mal behaupten, weil da haben wir wirklich schon... Gute, gute Entscheidung. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, er ist tot. Ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot. Ich springe, ich springe, ich springe, ich springe. Ich hab gedacht, ich hab dich geschlagen, Alter. Und dann hab ich zurückgezogen, dann war es erst doch... Doch, er hat mich... Ich hab ihn. Sauber. Er hat ein Eisenschwert, deswegen hat er so gedrückt. Ja, ich hab gedacht, das wärst du und hab dann plötzlich nicht mehr geschlagen. Und dann warst du das gar nicht. So, ich hab ne Eisenhose für dich, mein... Achso, hast du schon. Aber ich hab Schuhe, hast du auch schon. War schon mal professionell. Besser als vorhin, ja. Hast du nen Bogen? Ich hab sieben Pfeile. Äh, nee. Gut, dann behalte ich die erstmal. Okay, wir stellen uns jetzt erstmal hier irgendwo hin, looten alles und raggen. Jetzt hab ich Angst rauszuholen. Das ist schon mal ne gute Opportunity. Ist dir grad ein Heli übers Dach geflogen? Ja, hier fliegt grad ein Heli rüber. Ich pack einfach so einen fetten Rauschfilter drüber. Achso, ist das hier ein Jump? Ah, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Obwohl, nein, nö, der hat... Full Respekt. Full Respekt. Äh, ja, ich wollte ja ein Thema ansprechen, was ich in dem morgigen... Also, kommt das Video heute oder morgen, was wir jetzt grad aufnehmen? Ich würd es... Also, ist mir komplett rain eigentlich. Hä, hier ist gar keine Truhe. Was ist denn das für ne Fake? Da unten ist einer, ne? Der hat aber ne Heelpauschen. Au. Ich bin so schlecht, wollte ich grad sagen. Du hast ihn getötet. Ja. Ähm. Äh, was... Heute, ne? Hast du nen Helm? Nein, aber das war heute... Danke. Nein, hier. Bitte. Ähm, das war heute. Wolltest du es jetzt rausbringen, ne? Gut. Äh, äh, ich würd's auch morgen... Nee, lass es morgen hochladen. Gut, dann ist es die heut... Dann, wenn wir das morgen hochladen, ist es die heutige Folge. Okay, dann haben wir das geklärt. Ah, ich hab ein Kompass für dich. Also Sonntag. So, und, ähm, da spreche ich einfach nur drauf an, mal... Geil, disconnect! Und da spreche ich halt nur mal an, ähm, warum kein Bloody Cave kam, so zwei Folgen und zwei Tage kein, ähm, kein, kein, kein sicker Film von mir. Was möchte er machen? Nee, also... Lass mal hier laus rausgehen, hier ist der nächste Gegner. Ich hab halt kein, äh, Videos hochladen können, weil ich meinen Computer neu aufgesetzt habe und das hat, äh, naja, bei meinem Glück mal wieder länger gedauert. Oh, hier warte, hier ist noch ne... Ich glaub, hier war keiner... Doch, hier war jemand dran. Das war ich. Ähm, und das hat natürlich wieder länger gedauert als erwartet und deswegen... Oh Gott, die haben gute Sachen, die haben richtig gute Sachen. Oh, einen hab ich, einen hab ich. Den anderen nimm ihn dir. Ja. Ja. Boah, geil. Ich hab einfach nur anderthalb Herzen, äh, zweieinhalb Herzen verloren. Ich hab, ja, ich hab dafür, die haben mich getargetet. Ja, zack. Oh, ein Eisenbrust. Und hier liegt noch voll viel. Da hast du noch ne bessere Waffe für dich. Ähm, Moment. Moment. Zack, zack, ich muss... Ich hasse es, wenn mein Inventar nicht aufgeräumt ist, ne? Hast du ne Angel? Ähm, ja, ja. Spielst du mit Angel? Nein, nein. Dann nehm ich die mal. Ja, ja. Ja, okay, okay. Und, äh, auf jeden Fall hab ich meinen Computer neu aufgesetzt und, äh, le problemo war, es hat natürlich länger gedauert als erwartet, weil das natürlich immer so ist, wenn man irgendwas vorhat, was eigentlich schnell laufen muss, ne? Und, ähm, ja, dann hab ich mal, kam ich ja nicht dazu, rechtzeitig alles hochzuladen und so schneiden und so. Ich mein, ne, stressiges Leben und so. Ich bin in deine Sachen gesprungen, toll. Und, äh, ja, deswegen, oh, oh Gott, erschreckt mich nicht so. Ich begrabe wieder anfangen. Okay, gut, ähm. Machen wir Team im Deathmatch auch? Ja, immer, damit wir, damit wir ein spannendes Deathmatch gegen uns, äh, zu, ja, Penis. Ja, da müssen wir so richtig dramatische Musik so. Ich kann auch dazu. Ich würd sagen, der Gegner, äh, ist tot. Ja, der andere auch gleich, der hat nicht mehr viel. Auf jeden Fall. Hm. Hab ihn. Okay, hast du den anderen auch? Ja. Gut, dann kann ich ja jetzt nochmal. Hab null Herzen verloren. Dann kann ich ja jetzt nochmal, oh, ein Freizeit. Dann kann ich ja jetzt nochmal zum Punkt kommen und zwar, ähm, kamen deswegen keine Videos, äh, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Bitte deabonniert mich nicht. Danke, tschüss. So, jetzt können wir, äh, jetzt können wir hier das Finale. Ich schmeiß mal alles weg und verbrenne das, was ich nicht brauche, ne? Ja, mach ich auch mal. Warte mal, dann, äh, dann werfe ich das in dein Feuer, wenn ich das dein Feuer mitbenutzen darf. Daaa. Da, 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 da. Oh, ja. Oh, ja. Äh, machst du da nochmal Feuer hin? Wow. Oh, lol. Du kannst echt gut zielen. Okay, gut. Ich geh in mein Loch. Jeder? Ich geh in mein Loch. Ich lauf auch rein. Machen wir, bist du voll? Ja, ja, mach. Lass einfach go machen. Guten Tag, Herr Buu. Ich bin im anderen Loch. Mal jetzt. Welchem Loch? Achso, da bist du, da bist du doch. Haha, ich hab mich falsch. Welchen Feil hast du, Kollege? 15. Okay, schieß ein paar auf mich. Die sammel ich dann ein. Obwohl, du bist gut mit dem Bogen, du wirst mich dann zerficken, glaub ich. Oh, das ist so nett von dir. Jetzt hab ich dir genau die Hälfte gegeben. Oh, süß. Aber ich hatte ja noch zwei Feil. Was denn? Hast du zwei mehr als ich? Ah. Nein. Hier ist ein Knopf. Ich verschieße eher alles. Okay, gut. Das klingt fair. Ja, jetzt hab ich... Du bist so ein Geier, ne? Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Ja, nein, nein. Jetzt war gemeinsam wieder Feuerzeuger. Nur mal... Hör auf mein... Nerv mich nicht mit Angel. Das ist mein Feuer. Du, 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 du. Surprise! Happy New Year! Ich, äh, ja. Skills und so. Ja, du Spammer! Na... Oh, Junge. Nein, 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 nein. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich verliere das. Ich hatte noch ja nichts. Okay, gut. Ja, würde ich sagen, mit einer richtig geile Runde, ne? Richtig fresh! Fast gemacht. Mit mir immer noch. Block. Mir fällt gerade auf, dich hat keiner erkannt in der Runde. Okay, gut. Das war, ist das ein Unikat. Sünde. Aber die gingen gut lange. Ich glaube, sieben Minuten ging die Runde. Das ist für dich eine lange Runde? Kann man hochladen. Nee, aber jetzt so für nur eine Runde. Nö. Eine Reihe. Ich habe keine Lust mehr auf mich. Ich auch nicht. Ich mache das nur, weil ich da Geld verdiene. Ich meine, mein Bugatti, der wird bald geliefert. Ist klar. Aber geliest, oder? Führerschein, aber geliest, oder? Nee, nee, nicht geliest. Also, geliest finde ich nicht so. Ich will auch mal so 4 Millionen Abonnenten haben. Das fand ich ein Bugatti-Kleis. Wie Jonas. Nein, okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn Buki und Potato auf die Kacke hauen und Buki... Okay, wir läuten es leiden. Buki Salat. Buki Salat. Buki Salat. Ja. Okay, wir zogern das Ende gerade hinaus. Tillü. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal.